Die Bundesregierung will das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren. Menschen, die schon länger hier leben und arbeiten, sollen schneller Deutsche werden dürfen. Wirtschaftsvertreter begrüßen das, aber die Union und Teile der FDP sind dagegen. Deutscher Pass für alle? Nein. Je mehr den Pass haben, desto weniger ist er wert. Halten wir fest, Union und FDP sind gegen Wirtschaftsinteressen. Was ist da los? Ein Fehler in der Matrix? Der aktuelle Stand ist ja der, Erwachsene müssen acht Jahre in Deutschland leben, bevor sie eingebürgert werden können. Sie müssen natürlich erstmal so gut integriert sein, dass sie die wichtigsten, die zentralen deutschen Sätze beherrschen. Erstens, ich muss noch meine Einfahrt kärchern. Zweitens, ich bin im Zug und hab kein Netz. Drittens, nein, nein, wir zahlen getrennt. Das muss man erstmal können, dann kann man Deutsche oder Deutscher werden. Deutschland und die Einwanderung, es ist eine Geschichte der Missverständnisse. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Hefte raus, Einwanderungsgeschichte. Es gab eine Zeit, da wollte Deutschland seine Staatsbürgerschaft sehr großzügig verteilen und viele Menschen zu Deutschen machen. Leider hat man das vor allem mit Weltkrieg probiert. Das war aber nicht erfolgreich. Der Versuch wurde abgebrochen. Nach dem Weltkrieg gab es ein Wirtschaftswunder, weshalb man viele Arbeitskräfte brauchte, die aber fehlten, weil eben viele Menschen tot waren wegen Weltkrieg. Und deshalb gab es schon 1955 ein Anwerbeabkommen, um sogenannte Gastarbeiter aus dem Ausland hierher zu holen. Zunächst mal Italiener. Die kamen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Das war ja die sympathische Idee dahinter. Man holt Männer, die nicht verheiratet sind, lässt die hier zwei Jahre lang schuften wie die Blöden, ohne sich groß um sie zu kümmern, und schickt sie dann wieder nach Hause. Das ist die deutsche Version der Gastfreundschaft. Das sind die drei A. Ankommen, Arbeiten, Arschtritt. Und es kamen mit der Zeit immer mehr. Es kamen Italiener, aber auch Griechen, auch Spanier, auch Portugiesen. Sehr massiv wurden ab 1961 Türken angeworben. Die kamen sehr zahlreich und die Türken haben ja hier wirklich die dreckigsten und härtesten Jobs gemacht, die Deutsche nicht machen wollten. Was ein prominenter Türke aufgedeckt hat. Bis sich herausgestellt hat, es war gar kein Türke, das war Günter Wallraaf mit einem Schnäuzer aus dem Karnevalsbedarf. Weil die Türken zwar jeden Job machten in Deutschland, aber den Job, ihre Lebensbedingungen selbst beschreiben zu können, den traute ihnen keiner zu. In den 70er Jahren kam die Ölkrise. Die Wirtschaftslage wurde schlechter. Man stoppte die Anwerbung von ausländischen Fachkräften nach Deutschland. Kam man dann eigentlich nur noch durch Asylverfahren, wobei zum Beispiel Menschen aus Afrika hier wenig geholfen wurde. Tritt zu fassen, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Was dann auch von einem afrikanischen Einwanderer aufgedeckt wurde. Es war aber wieder nur Günter Wallraaf, der das Aufdecken lieber selbst gemacht hat, bevor es ein echter Afrikaner noch vergeigt. Immerhin haben wir festgestellt, Weiße mit Schuhcreme im Gesicht werden in Deutschland diskriminiert. Heute fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Der demografische Wandel wird das nochmal verschärfen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Wir werden unseren Wohlstand ohne Einwanderung nicht halten können. Und deswegen will es die Ampel vereinfacht nach Deutschland zu kommen. Abschlüsse sollen anerkannt werden und die deutsche Staatsbürgerschaft soll bereits nach fünf Jahren beantragt werden können. So wie es auch in vielen anderen Ländern üblich ist. Die Wirtschaft ist wie gesagt dafür, die Union ist dagegen. Zum Beispiel Alexander The Brain Dobrindt, der davor warnt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen. Oder Friedrich Blackrock Merz, der lieber ausländisches Geld in Deutschland arbeiten sieht als ausländische Fachkräfte, die dann auch noch unsere Staatsangehörigkeit wollen. Viele sagen, für diese Angst vor der Einbürgerung gibt es überhaupt keinen Grund. Aber das ist falsch. Es gibt einen Grund, denn was keiner weiß. Außerirdische sind im Oktober im Konrad-Adenauer-Haus gelandet und haben die Gehirne von Unionspolitikern auf das Jahr 1999 zurückgestellt. Deswegen hören wir auf einmal wieder den Sound von früher. Wie bei Jürgen Rüttgers. Der war mal Zukunftsminister und dafür zuständig, dass im Jahr 2000 für die beginnende Digitalisierung in Deutschland Fachkräfte kommen sollten. Aber Rüttgers hat gesagt, nee, nee, das machen wir anders. Ein Christdemokrat im Wahlkampf. Jürgen Rüttgers hat sein Thema entdeckt. Kinder statt Inder. So will er den akuten Mangel an Computerexperten beseitigen. Das ist der Grund. Die Union ist wieder auf Windows 98 zurückprogrammiert. Wir befinden uns gerade in der Zukunft von Zukunftsminister Jürgen Rüttgers, der, wie man weiß, keine so große Zukunft mehr hatte. Wir befinden uns in der Zeit des hessischen Ministerpräsidenten. Wie ist der nochmal? Lieber Roland Kotzkoch, liebe hessische Freunde. Genau. Roland Kotzkoch und seine hässlichen Freunde. Da gab es damals in Hessen diese Unterschriftenkampagne. Die Älteren erinnern sich, bei der man gegen die doppelte Staatsbürgerschaft unterschreiben konnte, was bei einigen gut ankam. Und diese Stimmung, die uns Deutsche bei ausländischen Fachkräften so unendlich beliebt macht, die will die Union wieder entfachen. Natürlich, um Wählerinnen und Wähler zu generieren. Leider wählen die Menschen aber bekanntermaßen lieber das Original. Also kann die Union schon mal anfangen, sich eine Erklärung zurechtzulegen, warum ihre Strategie wieder mal nicht aufgegangen ist. Ich meine, im nächsten Jahr ist ja zum Beispiel Landtagswahl in Bayern. Toll, toll, toll. Das war der Schnellkurs. Einwanderungsgeschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen dringend Fachkräfte. Und es ist beileibe nicht so, dass alle nur darauf warten, zu uns nach Deutschland zu kommen. Kanada ist beliebter, die USA sind beliebter, Australien ist auch beliebter. Aus unterschiedlichsten Gründen. Es ist die Sprache, es ist das Wetter, es ist auch die deutsche Willkommenskultur. Natürlich bekommt man anderswo mit, dass hier immer mal wieder als fremd gelesene Menschen bedroht oder angegriffen werden. Deutschland ist eben ein Land, in dem man auf Fremde zugeht. Leider oft mit Schlagstöcken. Außerdem sind Vorurteile und Alltagsrassismus viel zu weit verbreitet. Das merkt man überall. Und ich begrüße nun zu diesem Thema Maike Kühl. Sie ist Sachbearbeiterin für ausländische Fachkräfte auf Bundesebene. Herzlich willkommen, Frau Kühl. Ich bin jetzt mal Ingenieur, sagen wir mal aus Mexiko. Und ich bin interessiert daran, in Deutschland zu arbeiten. Also Sie wollen sich bei mir bewerben? Quasi. Dann sollten wir aber die Plätze tauschen, oder? Warum? Dann gehe ich doch mal auf den Chefsessel hier, oder? Hier, hopp. Okay, gut, wenn Ihnen das lieber ist, dann so besser. Könnte ich mich glatt dran gewöhnen. Gut, also, dann so. Wie gesagt, ich bin Ingenieur aus Mexiko. Oh, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, das ist jetzt nur für den Sketch. Also eigentlich spreche ich Spanisch. Ich spreche aber auch sehr gut Englisch und Französisch. Das hört man Ihnen gar nicht an. Sie scheinen ja ein cleveres Kerlchen zu sein. Sie haben studiert in Lille. Lille? In Cambridge. Cambridge? Ah, und in Massachusetts. In Massachusetts. Klar. Das ist in den USA. Weiß ich doch, ich wollte Sie nur testen. Besser man hat als Manhattan. Sie haben ja mal so gar keinen Humor. Gut, Sie brauchen Ingenieure. Tada, hier bin ich. Pst, das dürfen Sie doch hier nicht laut sagen. Bescheidenheit ist in Deutschland eine Tugend. Und ausländische Abschlüsse, die werden hier oft häufig gar nicht anerkannt. Ich habe am MIT studiert. Selbst wenn Sie von Meister Yoda persönlich ausgebildet worden wären. Das nützt Ihnen gar nichts. Haben Sie denn nicht noch irgendwas anderes zu bieten? Hier einen deutschen Großonkel mit mittelständischem Unternehmen? So was. Nee, das nicht. Ich kann auch programmieren. Und ich habe an der Uni mal ein Jahr lang Schwedisch gelernt. Schwedisch? Perfekt, Mensch. Da habe ich doch hier ein Jobangebot für Sie in einem schwedischen Möbelunternehmen in Dresden. Als Ingenieur? Nee, als Küchenhilfe in Teilzeit. Billi-Arbeitskraft sozusagen. Apropos Teilzeit, Sie sind doch verheiratet. Ihre Frau, was kann die denn so? Die hat Medizin studiert und arbeitet gerade an ihrer Doktor. Kochen. Bitte? Was kann Ihre Frau so kochen? Ja, Köttbullar sind ja quasi ein Softskill. Dann könnte ich Sie vielleicht gemeinsam vermitteln. Kommt Ihre Frau denn auch aus Mexico? Nein, sie kommt aus Kanada. Ihre Eltern sind angolanische Einwanderer. Oh, ärgerlich. Oh, schade, schade, schade. Also für People of Color läuft es in Deutschland oft nicht so gut. Also die sollten hier schon gut laufen können. Vor allem schnell. Und weit. Ja, aber sehen Sie, das ist jetzt der Punkt. An der Stelle frage ich mich jetzt wirklich mal als ausländische Fachkraft, warum tue ich mir das an? Ich bin hochqualifiziert, ich bin aus dem Ausland, ich habe Berufserfahrung, Auslandserfahrung, alles. Sie sprechen wirklich so gut Deutsch. Das mache ich doch jetzt nur, damit der Sketch funktioniert. Meine Güte. Warum ist das denn auch so wichtig? Ich könnte auch Englisch sprechen und dann lernt man halt im Laufe der Zeit. Also wer Brücken bauen will, darf die Pfeiler nicht in den Sand setzen. Das sollten Sie als Ingenieur eigentlich wissen. Ich weiß vor allem wieder, warum Deutschland nur meine vierte Wahl ist. Also wählen dürfen Sie sowieso nur mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ja, und wann könnte ich die beantragen? Also ich weiß noch nicht, ob ich sie haben will. Also ich höre hier immer nur haben, haben, haben. Mit deutscher Staatsbürgerschaft kommt große Verantwortung. Ja, wir wollen hier ja keine falschen Anreize schaffen. Ihr Problem ist, dass Sie überhaupt keine Anreize schaffen. Deutschland fehlen rund 560.000 Fachkräfte. Wie wollen Sie den Laden hier denn überhaupt am Laufen halten? Laden? Da kommen wir doch noch auf eine grüne Zweigstelle. Hier Regale einräumen im Bioladen. Und wenn Sie dann als Ingenieur unbedingt mal eine Schraube nachziehen wollen, da sagt bestimmt keiner was. Also da sind wir in Deutschland eigentlich sehr entgegenkommend. Ja, das merke ich auch. Vielen Dank, Maike Kühl. Leute, eine ganz große Bitte. Nicht hier klicken, denn dann kommt gleich das nächste Video von uns. Und hier bitte erst recht nicht, denn dann habt ihr zack den Kanal abonniert und ganz gefährlich die Glocke. Dann verpasst ihr nix mehr von extra 3. Ihr kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Ihr vernachlässigt eure Hobbys, verliert euren Job. Keine Freunde mehr, keine Freundin, soziale Abstiegstrennung, Privatinsolvenz. Okay, dann klickt. Meinetwegen aber auf eigene Verantwortung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.